Fünf Jahre alt war, da habe ich angefangen mit Klavierspielen. Später habe ich noch angefangen mit Schlagzeug und dann mit 13 Jahren habe ich angefangen Orgel zu spielen. Die Orgel, das gefällt mir sehr gut, ist ja ein sehr mächtiges Instrument und das gefällt mir. Auf der Orgel spiele ich am liebsten eigentlich Mendelssohn, das sind immer sehr schöne Stücke und das gefällt mir einfach sehr gut. Die Orgel, das gefällt mir sehr gut, ist ja ein sehr mächtiges Instrument. Die Orgel, das gefällt mir sehr gut, ist ja ein sehr mächtiges Instrument. Die Orgel, das gefällt mir sehr gut, ist ja ein sehr mächtiges Instrument. Die Orgel, das gefällt mir sehr gut, ist ja ein sehr mächtiges Instrument. Die Orgel, das gefällt mir sehr gut, ist ja ein sehr mächtiges Instrument. Das gefällt mir sehr gut, ist ja ein sehr mächtiges Instrument.